Wir essen auch Styria-Fleisch, aber wir kaufen es vom Selbstvermarkt dazu und da machen wir halt nachher Steaks oder Gulasch oder machen wir auch Burger-Laberl. Die machen wir mit halben rohen Kartoffeln und eine halbe Menge Rindfleisch und die Kinder lieben das. Und auch die Laberler kaufen wir beim Apopha gekauft, was das selber braucht und da sind die Burger beliebter als bei McDonalds.